Die Wortwahn, wenn ihr zurückkommt. Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Vielleicht siehst du diese Kreaturen nicht ab, du kannst sie hören. Ich bin in der Tür. Sie können sogar mit dem Takt. Sie werden nicht so gut, aber sie werden nicht zu sehen. Sie werden nicht zu sehen. Sie werden nicht zu sehen. Das war's für heute. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle fortfahren?